Gottlose Frauen im Wilden Westen Einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2007 zeigt uns Will Smith als einzigen Überlebenden in einem von Zombie-ähnlichen Kreaturen bewohnten New York. Sein einziger Wegbegleiter ist ein treuer Hund, während er versucht eine Heilung für die ausgebrochene Krankheit zu finden. Es handelt sich hier um einen Blockbuster, der auch als solcher gedacht war. Mit einer Menge Action, teuren Szenerien und einer Buchvorlage, die praktisch im Alleingang das postapokalyptische Zombie-Genre beliebt gemacht hat. Tom Cruise wacht aus zuerst unerfindlichen Gründen wieder und wieder auf einer Gefechtsstation auf, sobald er stirbt. Er versucht Wiederholung für Wiederholung herauszufinden, wie er eine Kriegskatastrophe verhindern und aus seinem Strudel ausbrechen kann. Für Nicht-Tom Cruise-Fans ein Fest, ihn erschossen, zerfetzt und in den Boden gerammt zu sehen. Für alle anderen ein intelligenter Military Science-Fiction-Film mit einigen schlauen Wendungen und einer Menge spannendem Irrsinn. Klarer Tipp von uns. Eine Western-Miniserie über eine Stadt, deren Bewohner ausschließlich weiblich sind und einen Gesetzlosen, der seinen ehemaligen Partner jagt. Eine Geschichte aus New Mexico im Jahre 1844 mit starken Frauen und einer guten Portion Schießereien. Der Trailer erweckt den Eindruck, dass die Serie eine Geschichte erzählen will, die nicht unbedingt typisch für das Genre ist, aber sich dennoch klar an seinen Konventionen bedient. Reizvoll ist vor allem auch, dass die Handlung nach sechs versprochenen Episoden abgeschlossen sein wird und wir so wahrscheinlich eine sehr runde Sache erwarten dürfen. Will Smith gleich noch einmal in einem unserer Tipps für den November. Aber diesmal ohne Action, aber mit extra Heulen. Wir lernen Will Smith als Ben kennen, der sich verantwortlich fühlt für einen tragischen Autounfall, bei dem nicht nur seine Verlobte, sondern auch sechs weitere Menschen ums Leben kamen. Wir begleiten ihn in nicht chronologischer Reihenfolge beim Kennenlernen von sechs eigentlich Unbekannten, denen er so gut er nur kann, in ihrem Leben hilft. Seine echte Absicht bleibt aber bis zum Schluss verschwiegen. Ich habe selten so einen schweren und mitreißenden Film erlebt, wer hier nicht weint, hat kein Herz. Eine wirklich, wirklich tragische, aber auch schöne Geschichte. Und hier noch ein paar Tipps im Schnelldurchlauf. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das waren unsere ausgewählten Tipps für Netflix in November. Was bingst ihr direkt durch und was ist euch egal? Welche Tipps habt ihr für den kommenden Monat? Schaut euch auch unsere Tipps für Amazon Prime Video an und abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim Streamen. Bis zum nächsten Mal.